Fröhlichen 1. Advent wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Nämlich spielen wir heute Naruto to Buruto Shinobi Striker. Ja, warum das Ganze? Erstmal die Frage. Nämlich werde ich jeden Advent ein Video rausbringen. Jede Woche eins. Jeden Sonntag. Diese Woche, das Spiel hier. Und ja, wir werden... Wir werden halt hier... Ja. Wir werden im Pokal-Arbeitszimmer die Liga machen. Wie gesagt, jeden Advent kommt ein Video. Das heißt auch, dass ich wahrscheinlich auch an Weihnachten ein Video machen werde. Und auch an Silvester, denke ich mal. Vielleicht dort aber nur ein kleines. Weil im Dezember kommen viele Videos. Gestern kam schon auch eins am 1. Dezember. Zu den 40 Abonnenten. Und ja, heute das hier. Ich glaube, wir sehen uns einfach in der ersten Runde. Oh ja, da sind wir in der ersten Runde. Der Barriere-Kampf beschützt den Boss in Konogakure. Ich schütze die Pfahle und die Barriere. Ich spiele den Verkehrungs-Typen. Ja, und das ist meine zweite Online-Runde. Davor noch nie richtig eine Online-Runde gespielt. Ja, ich schütze die Pfahle. Ja. Nur noch zu... zu Ruto Shinobi-Seiter. Ich gehe nur zu über das Spiel nichts zu sagen. Das ist cool, auf jeden Fall. Ich habe es nicht auf uns nicht gekauft. Ja. Wir bleiben bei Werke. Ich nehme doch lieber meinen Lieblings-Trakster. Also meine Lieblings-Trakster-Auswahl. Nämlich will ich den Fernschampfen. Schau. Ich muss mir noch was gehen. Oh, der Gamma-Kiki. Ander wird. Ich muss mir mal was kostenlos. Und ich muss mir nur CO2-Trakster-Auswahl-Trakster-Auswahl-Trakster-Auswahl-Trakster-Auswahl-Trakster-Auswahl-Trakster-Auswahl. Ein Kill, Zwei Kill, Drei Kill. Barriere steht wieder. Ein Ninja, der an den Decken ran. So lang läuft. Ich suche jetzt nach deren... ...Kreis da. Wenn die überhaupt so einen Gamakishi haben. Haben die Gamakishis? Ich verstehe den Spielmodus nicht. Glaub nicht. Ach ne, jetzt check ich doch. Ich muss wobei einen Fehler rausholen. Und dann... ...dürgt halt, äh, dann check ich doch. Ja. Das war ein Fächer-Gon. F***ing. Minato! Alle nehmen Nakawara. Gamakishi ist da... ...drei. Zack. Bam. Zack. Zack. F***ing. Nein. Zweite Hälfte. Hit nie fast. Einfach zur Barriere. Also nicht zur Barriere, sondern zur Fall damit... ...von hier alle campen können. ... ... ... Ah, okay, wir haben ihn. Oh, okay, wir haben ihn. da runter Hilfe wir teilen jetzt mal Was ist das? Schützt doch den Nieder! Dann hast du Scheiße, beschützt mich doch! Ja! Und jetzt noch mal in der zweiten Runde einen Basiskampf gegen nur drei Leute? Wie weil ich spiele diesmal Sasuke. Okay, wir müssen die Basis übernehmen. 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 Wenn Sie die Basis übernehmen. Wir müssen die Basis übernehmen. Stolz, um zu schütteln. Wissen wirkommt? Fuck. Fuck. Perfect. Okay. Es ist auch ein Wettbewerb! Tschüss! F***! Oh, ich muss mich sagen. Bump! Boom! So, der war es gut. 4 9 10 10 12 Partnership Jetzt wollen wir die Basis zurück. Let's go! Los geht's, hast du gut? Wir haben wieder alle. Die Runde läuft gut. Der Pump. Ach, okay, das war's schon. Okay. Dieses Blick würde ich auch mal sagen. Das war's. Für die Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst das Positives da. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin und Bye! Bis zum nächsten Mal.